Hallo und herzlich willkommen nochmal zum heutigen Video. Es geht zunächst nach Pöttingen, zum Weihnachtsmarkt, später nach Kassel. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir mitnehmen. So, ich bin hier in Pöttingen bis Pöttingen auf dem Fuß. So, ich bin hier und jetzt den Zug nach Kassel. In Pöttingen war nicht zu viel los. So, Kassel Hauptbahnhof, ich fahre wieder zurück, aber 18.30 Uhr. Viel Zug hat Verspätung, es war ordentlich. Ich musste dreistin in den Platz heute wirklich.